Die Mission kriege ich echt nicht alleine hin, ne? Alleine kriege ich das überhaupt nicht hin, ne? Vielleicht kein Pokalder. Ich kann dazu unternehmen. Oh. Oh. wird nicht ignoriert ich hasse die Mission da hinten ich will jetzt bestimmt schon wieder sterben ja, wie ich es doch sagte ich schaffe es dezent auch überhaupt gar nicht hier kann man nur so schlecht sein war kein Medikit mehr fast gar kein gut doch ja, geil hallo Mist Mistigin 78 diese Mission, die macht mich gerade echt fertig ich bin dezent mad dezent dezent und ich wird es bestimmt gleich wieder nicht schaffen nächster Versuch okay geht doch alter Schwede ey Was ist das? mach ich nicht von meinem kleinen cousin und der nervt mich gerade ein bisschen bei dem ist wieder irgendwas passiert und keine ahnung die uhrseite in die ecke wo ich schnell hinkomme das ist gar nicht das ist das schön wir auch haben eine gute nacht hier ach egal da wird es blockiert fertig so problem gelöst ja ich lasse jetzt auch holen keine ahnung wer das ist es blockiert kriegst du so in der letzten zeit ständig auf meine hand die nummer dubiuser anrufen alles ist deswegen habe ich überlegt dass wir uns eine neue nummer anschaffen angst oder gefällt dir überhaupt kein horror schlafen aufstehen da muss er arbeiten ich gebe dir gleich mal eine nummer da ich gucke ob du die vielleicht unter deinen kontakten hast ich bin schon dreimal bei diesem blöden ich bin schon dreimal bei diesem blöden kann man ja haben aber ich nehme das alles mit humor auf das war ein glücker kerl man würde nichts mal gerne machen sehr gerne das gibt's doch nicht ich krieg schon wieder ja ich weiß war meine fresse also ich mache die mit platz warum gibst du eigentlich die ganze darauf bevor ich dich wiederbeleben kann einfach dabei zu werden lilly oder macht eine ausbildung immer treten ja das werden wir dann sehen ob ich das kann ich bin ausgebildeter sozialassistent also ich kann auch im alten heim arbeiten, im Kindergarten arbeiten, im Weihnachten wohnheim arbeiten schon die erste Waffe kaputt außer welche dann ist das schon fertig dann ja dann können wir kurz bei mir gucken ob hier irgendwo ein spinnt ist welchen spinnt ein safehaus kann ich hier ein paar abdrücken, ich habe ja eh noch tausende rumliegen ich habe ja noch welche mit paar schaden ja und deine aussage lässt es mich vermuten dass ich das an definitiv nicht kann nein ich bin lieber farming simulator und training simulator weißt du ja 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 hallo hallo ja so knocke ja man hat auch platin ich habe auf zwartin auf zwartin auf mädchen ja seiker invasion aktivieren oder deaktivieren hallo ich versuche gerade x zu drücken aber es will anscheinend jemand aktivieren nein nein ich frage ich muss auch auswählen deaktivieren oder aktivieren warum sollte ich während ich gut spiele deaktivieren ich habe gerade auch die benachrichtigung bekommen ob aktivieren oder deaktivieren haben sie wieder gute laune ich sag ja ich bin dezent matt ja das kann man leicht raus und das sieht man noch ihren gesicht an junge dame also wo ich diese blöde mission dreimal verkackt habe holen sie ihre keine ahnung ich habe meine kamera davor verschiedene genauer hatte ich selber nach warum ist denn sie ihre bezahlung bei reis ab ja da müssen wir uns einfach da rein oder und warum ist wortzeichen horrorspiel ja ich glaube er die person mein tortschot diesem horrorspiel in dem sinne wird es schlecht sein soll ach so ja keine ahnung also das spiel schlecht oder also ich fand den zweiten teil von wordstocks wenn man persönlich mal gesagt das war richtig geil ne wir gehen wieder zum ersten ähm ich kriege endlich mal gespannt dann bin ich mal gespannt ob ich überhaupt zu einem checkpoint ankomme du siehst endlich in pelle wenn du blut siehst ok ja lilly frauenliebe so viel blut hier die entwürfe wunderbar und power reis wartet auf dich vielleicht können wir zusammen hat man von deutsch gar nicht gemerkt bei den rändern ihr habt euch voll gegen uns verschworen tja was für frauen untereinander halt ich habe wordstock 2 auch haben das versteht ihr nicht das hat das richtig geiler steht wordstock 1 ja weil das anfang hab ich auch gekauft hab ich gezockt fand ich schlecht ach kein problem ich kenn das auch nicht ja die effektiv haben wir die grundschrift haben richtig geil ein opa der die ähm stimme hatte wie vom kleinen zwölf jährigen wieder fällig hast du was für mich freund ja hab ich reis reinstellen boah stellige auch 7 checkpoints oder wie meinst du es ist black sky Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine, wie ein brabes kleines Hütchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Abtizien. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. So viel kannst du haben. Du hast mir zwei Kisten versprochen, das sind nur fünf Apollen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldir, bin ich mal gespannt. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Ah, ich bin hier oben da, bin ich mal gespannt. Oh, jetzt kann ich hier gut looten. Was? Ich... Nein, vergiss es, das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Kryn. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turnbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau. Alte Dawn, das ist wohl ein richtig geiles Game. Ich habe das Spiel gefeiert. Ah, ich weiß nicht, ob das heute noch läuft. Nix geil. Ich wollte jetzt eigentlich noch deinen Light zocken. Ein paar Stimmen stehen. Oh, bei Alte Dawn, so auch stirbt man ja nicht. Aber eventuell könnten wir das heute noch... Äh, 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 äh. Ja, das stimmt man ja nicht. Ja, kannst du doch jetzt mitmachen, dann geh ich dann weg. Kommt ganz drauf an, wie mein linkes Auge gleich schon mitspielt. Kannst du jetzt mit dem machen? So nicht stimmt. Ja, Gott ist da ein Light aktiv. Willkommen zurück, Jukebox. Willkommen zurück. Komm her, Zombie. Komm her. Der fällt um, nur weil der mich anguckt. So, ab in die Falle da rein. Du auch. Ist ein Ding kaputt. Wally, du hast doch immer gesagt, äh, dass, äh, der Zuschauer immer Vorrang hat. Vielleicht hast du überhaupt nicht gescheitert war. Das sah ja menschlich aus wie ein Biest. Seike, irgendwie beschlecht mich ein Gefühl, das heute tierisch genert ist. Wer aus draußen im Wald war.